willkommen zurück zu einer neuen folge skyfactory 3 wir join of the server wir sind gerade allein denn wir haben es gerade 19 uhr ich habe sturm frei freude ist da und ja was machen wir ich würde ja gerne mit blood magic weitermachen da kommt verbinde ich ja mit blood magic würde ich gerne weitermachen und es ist mal wieder nacht und läuft sehr gut aus was war das offscreen habe ich ein bisschen was gemacht rüstung habe ich jetzt nicht an scheiße muss mit erholen mikro ausrichten so ich habe ein paar pflanzen angelegt von marble und limestone ab hier natürlich noch ein bisschen was gemacht wie man sieht denn wir wollen auch noch die insel umbauen das wird auch noch und ich habe hier ein bisschen was verändert das jelurium und diese gold chunks wieder raus gepumpt hier reingepumpt und dann wieder ins me kommt genauso wie hier das jelurium denn wenn man mal ins me guckt ich habe gold chunks und jelurium en masse was anderes habe ich eigentlich gar nicht mal was durch geschmetzt werden muss ja wir gucken erstmal wo ich meine coole rüstung habe hier auf jeden fall nicht jetzt muss ich gerade selber gucken wo hier aber noch ein bisschen supreme werkzeug drin das habe ich mir noch hergestellt ihr wisst ja zeitaufwendig und so aber ich suche gerade wirklich wo ist meine rüstung hin hier haben wir es drüpp und das ding einmal hier hoch das darksteel kommt da rein wir rüsten uns erst einmal wieder aus so wie sich das gehört wir holen uns auch gleich die supreme sachen hier raus dahin dahin ja es gleich viel angenehmer so ja bei melvin wir mussten neun baum spawn denn irgendwie hat der alte seine ganzen leaves verloren und ja hier die eier kannst du behalten ähm was ist das was zum ok das muss ich natürlich erstmals beweis festhalten also ich baue dir hier so richtig schön noch mal ein haus sind und was machst du baust ja 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 ok so auto jump an ne auto jump ist aus also da hast du uns einiges zu erklären das steht auf jeden fall fest so genau äh 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 marble enderman freie zone äh hier haben wir marble essenzen jetzt muss ich gucken wie ich die anordnen muss auch so ja das gibt gut was jetzt muss ich nur mal gucken wie das so aussieht ok das kann man so nicht machen der block sieht so kacke aus dann brauchen wir ein chill wir nehmen äh ähm was nehmen wir denn ich brauche ein paar mehr davon marble so damit wir uns das ordentlich angucken können wir gucken uns mal diese an ja das sieht so naja aus hier haben wir noch was das ist doch der standard marble oder nee wie sehen die denn aus ja die sehen nicht schlecht aus die behalten wir uns mal im hinterkopf mhm und was ist mit denen hier ne die auf jeden fall nicht dann würde ich sagen wir gehen auf diese so allerdings ne stopp erst müssen wir das mal zu bricks um craften lol geht nicht man kann das nur chisseln ok das ist mir auch neu aber ja gut das das und das und wo fangen wir am besten an ähm tschüss tschüss und warum sind hier grad oh läuft ich liebe diese axt jetzt schon muss ich ganz ey halt mal dein maul ganz ehrlich sagen äh dann muss ich mir das hier mal ganz kurz markieren so das kommt gleich weg das ist jetzt nur eine markierung damit ich weiß wo ich hier bauen muss so ja gut äh so so ich mag es überhaupt nicht wenn man hier so schnell fliegen kann das ist ja falsche rüstung hergestellt so dann haben wir die abgrenzung und dann fangen wir jetzt hier einfach mal an denn hier auf die ecke kommt noch was ganz besonderes das werde ich in einem timelapse video festhalten wenn ich die lust und laune dazu hab ja ich brauche äh ein bildes rund ähm ok ich hab keinen mehr dann machen wir uns schnell einen einmal so und einmal so nur ein bitteschön so weiter gehts hier und da und da und da und da so so äh dort na ach du heimatland das wäre jetzt fast ins uhr gegangen so so da sind wir wieder oben ja was soll ich dazu sagen ich brauche mehr marble ich brauche einfach mehr marble ich brauche viel mehr marble äh aber trotzdem werden wir hier vorne weiter abreißen da denn wir wollen ja die insel allgemein verschönern und ein was positives hat das alles dann wir können die ganzen cable im boden verlegen so dass sie nicht mehr gesehen werden ja gut mit den armor stands muss ich mir noch was einfallen lassen die werden schon abbauen müssen ist aber auch kein problem auch ganz ehrlich ich mach das jetzt von unten hier auch meine Güte geht das eigentlich auch mit dem ohr excavation ne ok da geht das leider nicht ja das ist ja die baumplantage da weiß ich noch nicht wie ich da vorangehen werde äh ok so hier geht es weiter da da und da ja ich stehe auf den pflanzen das ist mir schon bewusst das noch weg und ditte noch weg und ditte ja und hier hinten müssen wir noch mal kurz ich hätte nie gedacht dass die Axt so genial drauf ist oh hier hinten muss ich auch noch ähh ach Gottchen ich und mein Talent zum Chaos so hier muss ich natürlich aufpassen so und so fürs Wasserbeck muss ich mir auch noch was einfallen lassen und bei dir fehlt ein armor stand ähh irgendeiner hat mein armor stand geschrottet ähh ich hoffe du bleibst ganz du warst teuer ja ja so ditte erstmal alles hier rein dann können wir das hier ganz in Ruhe abbauen auch hier fallt ja sowieso runter so so äh achso äh wenn ich die jetzt so abbaue ja bloppt alles auf sehr schön äh äh alles da rein erst mal und was snacken liegt hier noch irgendwo was rum nein oh da werden sich die anderen heute aber umgucken wenn wir dann noch zusammen eine Folge aufnehmen ja äh watering can 5x5 extra utilities wir gucken mal welche besser ist ansonsten bauen wir hier dann später von Ende I.O. das Farming Ding hin ok ok die verliert Wasser also ist die hier besser aber die macht nur 5x5 wisst ihr was et ender wie heißt dieser die Farming Station du 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 da da an der Farming halt noch hab ich nicht ok was braucht man dafür das da das da so dann können wir die jetzt nicht ganz schnell herstellen 1 2 was brauche ich noch eine Diaho ja time to farming alles klar ich krieg jetzt erst den Erfolg warum egal und wir brauchen das da redstone silikon solarium und ein 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ein redstone na komm 115.000 ich denke mal das reicht aus hier erstmal ausschalten dass das 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 und anschalten hey wieso kriegt das kein strom das hat doch strom warum arbeitet das nicht was ist hier los vielleicht das falsche silikon dürfte aber nicht sein warum ach hier axt und schere fehlt okay dann wissen wir doch bescheid schere mal hier eine axt machen wir uns schnell so gibt es direkt eine dia axt rein ich habe mich schon gewundert hier das und das und oh ja aber hat auch noch was gemacht heute hier so das da rein und einmal herstellen jibbi eigentlich bräuchte ich vier stück davon vier stück vier stück ja jetzt ist die frage ich glaube ich muss hier das wasser dann rein machen weil das auf höhe des wasserlochs kommen muss marble limestone das heißt ich brauche vier mal wasser bucket bucket das zwei drei vier eins zwei ganz kurz landen eins zwei drei zwei zwei drei drei vier da haben wir noch dran das ist sehr gut es geht doch 1 2 3 4 1 2 3 4 genau da unten ist so ein halfslap aus stein dann äh die haben wir da das und das und das weg damit äh das war falsch so 1 2 3 4 1 2 3 4 das wäre das fünfte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ich müsste trotzdem gehen so äh Wasser Wasser hier muss die Farming Station rein jetzt muss ich mal ganz kurz bei CO2 gucken der hat doch glaub ich schon eine oh Gott hier leckt es wieder ähm haben die sowas schon ja äh das wollte ich was ist das hä 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 ok das ist überirdisch ok dann kann ich das also auch so machen dann hab ich ja jetzt egal egal äh egal äh 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 so dann brauchen wir das nochmal ganz kurz raus so 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 dann brauchen wir ja den Rest machen wir aber in der nächsten Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr da lasst einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dahin bleibt entspannt genießt den Tag und Bye 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 oi Ja ich når die Untertitelung. BR 2018